Menschen der Welt und Welten, heute haben wir Tag 3, ähm, was machen wir heute? Tag 3. Ich würde sagen, wir fangen ganz langsam an und steigen uns jeden Tag immer höher. Und zwar von Nico, die bengalische Fackeln. Die hatten wir ja auch beim Halloween-Special. Ja, hatten wir am Anfang. Und ich würde sagen, wir machen damit heute mal weiter, ne? Wir sind hier. Es ist wieder ungefähr selbe Uhrzeit wie gestern. Wir gucken, wir haben die bengalische Fackeln von Nico, die großen. Wir machen einfach mal 3, 4 Stück und gucken, was die so drauf haben. Wir machen mal die blaue, würde ich sagen. Machen wir die doppelt. Junge, die Vögel. So, das war die blauen. Dann machen wir mal direkt hinterher noch hier so zwei. Eine orange und eine grüne. So. Einmal orange und einmal grün. Und ja Leute, wir mussten da gerade Musik reinhauen. Hätte ich das nicht getan, hättet ihr die Vögel zu hart gehört. Tut mir echt leid, dass die so nerven. Kann ich leider auch nicht viel dafür. Tut mir sehr leid. Aber, ich hoffe, es hat euch jedoch gefallen. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Videos.